ja fett, Leblanc und Silien, da wollten wohl zwei Mitte ja von Hobby, die wollten ja die wollten nicht so mit, ich komm Silien, es ist einfach nur Support oder fahren zur Hölle Wunderbar ja wir gewinnen das einfach so einfach ist das das ist mein Plan ja, Astronautilus guten Plan der C passt auf Leblanc auf, die kann nicht backbursten hab ich auch schon gehört über Leblanc die Vayne ist Gold 1 und wer noch? sollte ja kein Problem sein da nein ich bin ja auch Hidden Challenger deswegen also Botlane ist auf jeden Fall gewonnen wenn wir verlieren, dann muss es an euch nehmen ach so ja ganz einfach so wir haben eine Elise top, hallo keine Diskussion ich hör's schon kommen hier jungler und so alles meine Schuld warum haben wir kein Jungler? oh mein Gott oh mein Gott er hat kein Smile kein Smile what? oh mein Gott ne ich bin, ich bin Barrier now, Tilos wisst ihr doch oh mein Gott ja ach, sein Weh ist nicht stark fuck you er hättet ihr mir auch sagen können schlechtes Team du hast kein Smile drinne ja, ich brauch wohl ein Smile is Blue oh, noch Smile is Blade ich musste drauf achten, dass ich kein Smile reinmache super, jetzt können wir kein Barrel machen doch fuck, jetzt habe ich minimiert und jetzt check ich fest in diesem ohhhh Raum zwischen PC und LOL ja, aber dafür bin ich in den Teamfalls ein bisschen tankiger also hat auch seine Vorteile die 2 hat Leben, Alter du kommst einfach gar nicht mehr von deinen scheiß Jungle Mobs weg komm ich auch so nicht als Nautilus doch, mit Smile kannst du dir eben puffen dann bist du beim Ganken bereit, aber so du? wir invaden jetzt komm gehindert? wir invaden nicht wir sind full pre ja, und die sind auch full pre jetzt ja nein, der Aatrox ist random wir haben doppelgrade, man hey, jetzt kommen wir invaden, man wir haben wir haben wir haben den eh geskillt der Aatrox ist random ja jetzt im Ernst? ja ja, siehst du, dann wird der nicht covern und dann invaden wir und dann sterben sie ja, genau so geht das passiert so, wollen wir noch hoch ich hab nicht mal meinen Stun geskilled gegen euch, ne, ich wollte einfach normal aber nein nie zu wir haben keinen doppel grab, ne ich hab auch keinen grab geskillt ich hab noch gar nichts geskillt jetzt was was hast du geskillt, Hagathas? äh, eh oh mein wollen wir nicht schon rüber? ist der eh nicht der grab? komm lass uns schon mal rüber nein, ey da bist ein Kuh oh mein Gott hast du wenigstens eh geskillt, Dr. Med ich hab nicht eh, man hat doch grad gesagt, du Pisser was hast du denn geskillt? oh mein Gott ich hab meinen Kuh geskillt ey! ja, genau hab ich gefailflasht? hab so gefailflasht ja, geil oh mein Gott der ist zu behindert, ne ja, das war ja Adil war scheiße von dir wir werden den töten können ich geh zurück, ne es ist zu eh geskillt Adil Adil ach, halt die Fresse jetzt hat jemand Flash verballert willst du das in Red anfangen, oder was? natürlich weil es geht wenn ich schon Hilfe bekomme, dann Mai auch den Red ey, die waren bei unseren Red Bisschen schneller wir sind noch immer hier aber wir wollen töten Adil ey, komm ja, ich bin dabei, ich bin dabei, warte oh leu, der Passiv ist runter unser Red ist auch fake ok wollen wir drauf? warte, ich lock dich zur anderen Richtung dann können wir drauf go schlank dich selber mit zwei geworden lol hab ich FISH BLOOD ah, er ist ganz schön gute job, ey danke zwei Wolves danke, sagt er nicht du kleiner Fucker, Mann ich hab die zur Hälfte runter gehauen ja danke nä sie hat sich ja schon wieder voll gehickt gehabt, als sie auf Lane war war sie, hatte sie gar nicht, Mann kann sie gar nicht gehabt haben doch, sie hat alle ihren Postverbrauch sie war nicht zurück oh fuck, jetzt bin ich schon zurück gegangen ja er hat sich hier warten können fuck this das Barrier lohnt sich im Jungle, ey cool ey, der kommt top, ey, der kommt top er ist hinter dir, er ist hinter dir ja ja wie gut ne, ne, ich lerne das, das hat, äh, zwei bist du da, Mann Golem-Hits abgeblockt ich bin da ja, aber wie viel TD ach so drei Minuten ja, los No fuck fuck it hekda Q, den hast du, den hast du nicht stirb nicht, stirb nicht, schilde und töte ihn Du bist zu schnell gestorben. Ja die haben mich auch direkt gefokust, weil du nicht da warst. Du solltest ja auch eigentlich tanken und nicht ich. Ja wie denn? Ich stand hinter dir. Hä, er hat keinen Barrier gehabt. Ja, ohne. Ja, der Barrier war es. Ist so. Oh, die haben wir damit schmack, weil ich einfach direkt tot war. Ja, damit hättest du echt nur müssen, Andy, dass er keinen Barrier mehr hat. Das ist ein Schmaul, Mann. Ja, das war jetzt scheiße, die haben zwei Kills bekommen Ist Leblanc schlecht oder was? Ja, irgendwie schon, die lässt sich gut harassen Oh, die kann mich verarschen mit dem herzlichen Bild Hat er Doppelbuff? Oh, diese Mistgeburde, er hat Das Bild, ne? Läuft das jetzt von alleine? Nein Oh, nein Ich fühle mich die tot, wenn ich die grab Fuck Fuck Oh, ne Mana Toplane fehlt, ne? Toplane fehlt Good Job Ja, ich merke, dass die Toplane fehlt Was hat denn da Toplane fehlt? Ja, und dann kam der direkt hier Ach, halt Small, man, zwei, drei Sekunden waren dazwischen Was hast du denn so viel Stämmisch? Wie oft hat er dich denn getroffen? Drei, viermal Oll Ich bin nämlich gerade bewegt geworden, ich wollte gerade meinen Ulti schmeißen, dann bist du reingegangen Ach du, ach du bist, achso, hab ich nicht gesehen Aber, ja, egal, ich hab den Kill, passt schon Muss ich mich wohl auf eine andere Lane verlassen? Elise kann die ja irgendwie nicht kontrollieren hier Ich mach eben den Red und dann komm ich nach unten Und ich gebe ihn Ich brauche noch mehr Magic, was ist gegen die Fotze Und zwei Wards, weil Toplane kein SS kommt Alter, ich f... Alter, ich f... Toplane ist echt das fünfte Rad hier Oh, 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 oh Und tot Oh, mein Gott Ey, Aatrox ist hier, Hilfe! Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, die Blumenkoppel aber auch Hat er red bekommen? Nein Vielleicht so Kraspin Raider, ey! Der hat mich nicht gesehen! Kailt die doch! Nice, das war sogar die ganze Zeit. Ein Hitz! Nice! Nice! Grab ihn! Nice! Ich hab da alles noch auf cooldown! Kailt sie einfach! Den brauchst du nur Grab! Oh mein Gott, hab ich, hab ich! Ich warte noch auf 5 Gold. Hey, wer kann denn wissen, dass die da so... Ja, können wir den Dragon machen? Ja. Komm. Oh, er hat geflasht. Kriegst du ihn? Kriegst du ihn? Kriegst du ihn? Der Level 8 ist Level 6. Nice! Der Stopline hat ja doch nichts verloren. Halt's den Maul! Warum was war das denn?! Hey! Keine Beschwerden! Geht mal ran! Ich bin tot! Oh mein! Ich bin da dran! Jetzt bin ich nicht tot! Mach doch mal Schaden jetzt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein! Oh mein! Oh mein! Ich dachte schon... Oh mein Gott! Da hat er gewordelt! Hä? Also irgendwie spinnt das. Jetzt. Ich bin tot! Oh mein Gott! Ja, hol ab! Jetzt muss ich B ey! Fuck this! Aber da kommen wir jetzt wahrscheinlich in den Minion Wave! Ja, jetzt auf die Minion Wave! The Greed! The Greed! Aber ich kann doch nichts kaufen! The Greed! Töte sie! Dann kannst du lang genug farmen! Wie soll ich sie denn töten? Ja! Das ist nicht mein Problem! Jetzt hab ich nicht genug für meine fucking Schuhe! Aatrox ist hinter dir! Aatrox ist hinter dir! Ey! Toplane! Warum kosten die Schuhe denn 775? Fickt euch doch, man! Nee, so geht meine Ulti nicht! Muss ich Deffen oben? Ja, sonst... Sonst haut der den noch kaputt! Was ist das mit? Ey! Der kommt vielleicht zu meinem Blue! Ja! Komm auf! Ey Tix, komm her! Ich komme, ich komme! Der will rüber! Der hat auch kein Passiv mehr! Der ist geflasht! Der wird nur ein bisschen anders setzen sollen! Scheiße! Obwohl ich gar nicht! Ich hab ihn doch am Rand gesetzt, oder? Keine Ahnung! Scheiße! Ich hab nicht drauf geachtet! Egal! Er war low-life und musste weg! Hat geflasht! Passt! Komm! Auf Leblanc! Auf Leblanc! Ja! So, ich komm nach unten! Hab aber alles auf CD! So, jetzt! Ah, zu spät! Sorry! Sorry! Hab! Ich versuch Mitte Tower zu pushen, wenn's klappt! Ah, nein! Hier drin ist noch ein Ward, wo ich stehe! So! Da kommt Aatrox! Ja! Slow sie! Slow sie! Grab sie! Grab sie! Aatrox kommt top! Aatrox kommt top! Aatrox! Aatrox! Das ist neben dir! Das ist Missgebot, Mann! Burenbock, Alter! Hast du nur gesehen, dass der Top kommt? Mann, Aatrox war nicht das Problem! Renekton die Missgebot, ey! Ist einfach Tower Diving gegangen! Ach, hat er dich alleine gekillt? Aatrox war doch tot, der ist abgehauen! Dann kam Renekton Tower Dive von GG! Renekton? Renekton, ja! Renekton! Renekton, halt auch gesagt! Ja, ey, komm! Mütet einfach die Schnauze, bitte! Renekton nicht zu verstehen! Jetzt roamen die, pass auf! Romen die gleich auch was, Alter! Ja, roame mal was, hier! Mann, der Renekton ist scheiße! Nur der Aatrox fackt einfach manchmal! Ja! Sag doch mal! Elise ist scheiße! Kann auch sein! Ne Klau geht zu ihm, du! Jojo! Meinst du, ich kann das stehlen? Glaube ich nicht! Nein! Tat aber weh! Ich hab auch schon ordentlich Items! Leblanc... Leblanc kommt in die Mitte! Komm, die... Die überraschen wir! Utsch! Drei sind Mitte, pass auf! Renekton ist ja auch noch! JETZT! Seine Sicherheit! Hat die geultet dafür? Ja, ne? Was ist das? Und die hat, glaub ich, am längsten cooldown! Die hat geflasht! Die hat geflasht! Und geultet! Die hat zweimal geultet! Also die hat immer wieder und dreimal geultet! Ja, dann ist ja gut! Läuft er hier nicht mehr rum? Was soll der scheiß? Ey, lass mal Red checken! Aatrox ist aber hier neben! Red ist da! Komm her, schnell! Ey! Renekton kommt! Hier, hier! Ja, ich renn ihm entgegen! Ah, wir auch! Ey, er springt rüber! Oh, Flashdown! Nice! Ah, das ist alright! Mach hier! Und die Ecke! Oh, ich komme, ich komme! Ey, Aatrox, komm nach unten! Ich zieh den mal! Darf ich den, oder brauchst du den? Ey, zwei kommen nach unten! Ich brauch ein bisschen Level! Dann lass den Tower fallen! X vor spät oder so! Ey, lass den oben Tower kaputt machen! Bitte, können wir nicht pushen! Dann kommen die zu schnell! Wenn wir jetzt oben den pushen, dann... Wir können dive! Ja, das ist ja weg! Ja, das ist ja, go, go! Ich hab keine Ult! Vier Leute! Ja, komm! Geh drauf! Geh drauf! Geh drauf! Nein, 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 nein! Lass erst pushen zum Tower, Mann! Boah, meine Presse! Kein Ding, Mann! Boah! Alles musste wir raushauen für den! Und... Ja, und ist einer gestorben! Aber das ist so ne Unterschied, dass einer gestorben ist, Mann! Ich kann den zweiten auch noch pushen! Die sind nicht da! Ich hab zu wenig Leben! Bot ist weg! Wir machen grad Kohlen! Und... Wer weiß, vielleicht machen die übrigens! Dragon, ja... Ja, ich hab grad keine Ulti! Muss jetzt erst mal wählen! Töt sie! Töt sie! Ja, die wär Gold, Mann! Nice! Den E? Kannst du den E auf... auf den Dragon schießen? Blond, stack... die Tier... äh, die Tier sag ich schon, die... Schade... Nicht pushen! Ich brauch Gold! Schade! Dragon ist weg! Ich hab Ult ab! Und die hat ihren Sprung weg! Ulti hat sie doch noch immer! Und kein Mana! Ja, aber guck mal, oben haben wir kein Wissen! Geh mir doch am besten zu deinem Blue erstmal! Geh doch, Gott! Ey, hier ist... Hier ist Mr. Zillian! Ey! Ich wollte mich! Ey, komm! Geh drauf! Boah! Hat er ein Lowlife? Nein! Nein! Wenn kommt mir entgegen! Hast du den Blue jetzt gemacht oder was? Ey! Wenn kommt mir entgegen! Ey! Was war der Scheiß da? Ich hab Ulti! Kann mir jemand hier mit Wellen helfen? Nee! Wir waren so viel zu viel! Ist der Dragon schon down oder was? Ja! Hat Verneck ein Trello fort? Er ist rüber gekommen! Ja! Komm, 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 komm! Ja, erstmal ein Blue matten und dann einen auf! Er ist rüber gekommen! Ja, erstmal einen Blue matten und dann einen auf! Holt euch die auch! Die ban! Die ban! Kann ich weiter weiter... Oooo! wow die war doch bei 40 prozent leben was ist das für ein skill diese ist nur ein skill ja klar aber das war ja gerade heftig ja den versuche ich mir zu holen leblanc leblanc komm 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 sie hat ihren sprung raus sie ist weg nice artbox fehlt oben der gegen die hunderte was du auf sie die hunderte kann ich mir den ulti holen mach schnell geht nicht krass naja ich habe nicht mit reichweite die ganze zeit ich komme glaubt erstmal weg skite die kite die ich komme nice jetzt hast du den blutdorf nee er ist ja den ok den den diven wir jetzt dahin und ich brauche sie zu holen und ich brauche den da zu hacken Was ist denn da fertig? Komm in den Gegend Missgeburt, schweiß deinen scheiß Ball, man töte ihn Was ist denn nicht am Leben? Nein! F***ing Minions Oh, ich sterbe Oh, sie hat sogar noch ignited Oh, sie hat sogar noch ignited Boi Ich bräuchte einen Tower oder so, ey Ey, Chef, komm her Ich brauch ungefähr 75 Gold Ich muss bitte gehen, wer kommt? Wer ist hier? Mega, geh! Oh, Junge! Als würde sie denn oder... Sie denn nicht kommen Geh weg, geh weg, geh weg Komm bitte für Ash Ey, warum hast du kein Damage drauf gemacht? Der wäre so locker tot, ne? Oh, F***! Warum hast du kein Damage drauf gemacht? Du bist doof? Du bist alschein doof, man! Du musst doch nicht... Nein, Alter! Sie sind der untere Nektoren! Willst du dich verarschen? Oh mein Gott, Alter! Wie Schiss der hat, ey! Schiss der hat, man! Die haben Mitte gepusht! Doch scheißegal, was... Ja, kommt! Nervt mich nicht! Spielt jetzt einfach! Gebt mir nicht auf den Sack! Oh! Ja, ja! Er macht zicke Plays! Er macht zicke Plays! Ich weiß! Wenn ich schlechte Laune habe, mache ich sowas! Manchmal! Jetzt... Oh, der ist tot! Was war's denn? Ja, zicke Plays! Hast geahnt, ne? Er wird genau dahin jumpen! Ja! Du hast wirklich den im Jump getroffen, ne? Ja, das kann man ja auch! Man kann den auch im Jump stunnen! Das ist scheiße! Das habe ich schon sehr oft miterlebt! Und deswegen bin ich auch sehr oft gestorben! Die ist dumm! Die ist dumm! Die ist dumm! Da! Red Buff! Die ist das?! Ja, hier hat doch Red Buff, man! Der hat die Ult bekommen! Oh! Der hat die Ult bekommen! Oh! Oh! Die ist ja noch hier! Die ist dumm! Die ist voll schlecht! Helft mir! Raterne, Raterne! Ey! Tödet dich! Tödet mich! Tödet ihn! Tödet ihn! Tödet ihn! Rasse der Glow ist ja voll witzig, ey! Der LeBlanc war richtig schlecht! Was die aber auch in der Mitte abgezogen hat! Das war so schlecht! Der wird aber auch ihren Dingen super gefolgt! Die sind jetzt aufgesprungen! Aber genau dann, wo sie einen Buff hatte, ne? Ah! 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 Ja! Und jetzt! Ich bin doch gut geworden! Ich bin doch gut geworden!